So, wir begrüßen euch zur nächsten Runde, Plünderer. Diesmal werde ich mich nicht so nubig anstellen, ich verspreche es euch. Niemals versprechen, die du nicht halten kannst. Das kann ich halten, aber garantiert. Weil diesmal sind wir auch in einem Team. Eigentlich müsste ich ja jetzt das Team wechseln, ne? Ach, mach doch. Das interessiert mich. Ha, Skaha. Schönes Gefühl, macht mich zu haben. Jo, ich habe zu viele verdient. Was denn für eine? Hamsterer. Vorsicht, Granate ist raus. Jo, ich habe genau zehn Schuss. Ich wechsle auf die PP. Zu viele. So, haben wir schon mal gekriegt. Ist da noch einer? Oh, da noch welche. Kann nicht alle weg sein. Oh, der kommt von da. Alles klar. Gehen wir den mal abfangen. Hi! Objektiv neutralized. Oh, oh. Objektiv secure. Böse Granate. So. Also, der stinkt mir die MP5 weg und ich rette den... Gut, eigentlich die ACW. Dann nehme ich die ACW. Wenn ich das aufs Malmögen kriege. Weil das was aufs Malmögen kriegt. Hm. hmmm mal wie hier können wir gehen kommen wieder welche? sterben muss ich wieder gehen scheiß die anderen, hat die mich gekriegt alter der hat einen M249 gehabt weiß will ich auch haben au ich hab ne OMP, muss reichen oh oh der Typ ist doch tot, ist doch alles gut also irgendwie hab ich es noch nicht so ganz raus mit den Pistolen gut zu schießen oooh scheiße was habt ihr liebe scheiße reicht aber für den Kerl allemal ach klar ah der läuft doch schon sehr viel besser als der letzte runter huiii ja das ist unterstieg das ist unterstieg aber so dann werden wir die schon mal nach wenn man noch nicht kriegt dann lass mich durch P90 ha ha jetzt türen da da stehen so ein paar viele Leute oh oh scheiße hm die Granate hat nichts getroffen schade 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 Schokolade ne we have lost the objective we have lost the objective 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 Ich habe nicht bekommen, dass der Obama jetzt so einen Brief bekommen hat mit so einem... Ja, genau, da war ja so ein Zeug drin, ne? Ja. Stimmt. Voll mies. Und kaum sind die USA irgendwie bedroht, ist Korea total am Arsch. Also interessiert, dass keine Sau mehr, was da passiert. Ja. Ey, ohne Witz. Scherz beiseite. Wenn jetzt sonst noch eine Atomwaffe abkommt, die sind hier total am Arsch. Dann kriegen die das nicht Party. Ich glaube, dann kriegen wir bald auch Eintrittsgarten zugeschickt. Ja, herzlich willkommen beim Weltuntergang. Wollen wir noch mitmachen. Alter. Das ging hier gerade ordentlich ab. Mal diesen Family-Sport. Ich musste das mal festgehügelt. Meinst du, das hilft? Ich habe gedacht, ich umlaufe den jetzt. Jetzt habe ich gerade wieder so eine leichte Henner-Phase. Funktioniert. Juhu, Killserie aufgehalten, 60. Dort, äh... Schlecht, so, ich habe wieder... Scheiße. Boah, ich habe wieder Scheiße. Ich habe wieder Scheiße. Nee. Meine durchschnittliche Lebensdauer beträgt gerade wieder so 0,5... ...Kunden. Unbeabsichtigterweise... ...doch auch. Shit. Shit. Alter, ich hasse das ja, wenn man an so Ecken hängen bleibt, ne? Ja, das... Ich hasse das wie die Pest. Verdammt. Sonderlich beliebt, ey. Ich spaw nicht mal bei dir, das bringt mir nur Unglück. Ist wirklich so, wenn ich bei dir spaw, ne? Krieg ich immer aufs Maul. Alter, ich habe gerade noch einen Docker-45-Meter-Headshot gelandet. Ja, ja. Mit einer Pistole. Deine künstliche Schwarzverlängerung, Leute, zählt nicht. Ah, mit der 19, äh, mit der 19 M9 gehe ich ganz gut ab. Vielleicht mache ich die mal auf den Grunde. Ja, vielleicht muss das auch mal sein. Ja. Jo, Hauptsache explodiert, dass wir gerade ein Auto in den Typen. Was ist das denn so eine Scheiße? Ich schieße auf den Typen, der nimmt keinen Schaden. Ich schieße weiter, ich gehe draum. Das nennt sich Battlefield 3. Ich schieße weiter, ich schieße weiter. Und dauernd einzeln auf R1. Ne, das ist ein mitleidenswertes Sort. Passt dran. Danke. Das, was ich hören wollte. Ah, sie ist natürlich nicht zugefallen. Hast du gerade einen MG? Ja, schön wär's. Hörte sich gerade so an. Hatte eine UMP. Hat quasi denselben Fakt. Siehst du, ich wollte gerade bei dir spawnen. Überleg mir, es ist noch anders. Und du fällst in dem Augenblick tot um. Ach noch. Lass es bleiben. Ja, deswegen lasse ich es ja jetzt auch. Tot und verderben. Dann kriege ich zu anderen. Und ab Marsch. Unter anderem auch zu diesem Netz. Oh, ein Ambrus mit Zielfällen geworden. Das kann ja was geben. Ja, Tote. Gibt's da nicht wirklich, glaube ich, David. Oh, scheiße. Da treffe ich ja nie irgendwo hin oder was. Vielleicht. Ich dachte, die MP5. Oder fall auch noch mal eine Runde tot um. Einfach nur, weil ich es kann. Jetzt habe ich 11.11. War da natürlich dran beteiligt. Du bist immer dran beteiligt. War ich doch. Ja, also. Gar keine Frage. Alter. Battlefield auf der U. Yo. We have taken the objective. I repeat, we have taken the objective. Voll geil. Soll es wirklich kommen? Ha? Soll wirklich jetzt kommen? Nein, der war geil. Ja, weiß ich nicht. Mein Call of Duty auf der U. Gibt's ja schon. Ja, das stimmt. Aber das ist ja noch mal ein bisschen was anderes als. Was? Ist doch echt zum Kotzen. Dieser Lord Münchhausen, ey. Der geht mir auf die Eier. Ja, mir auch. Mich hat er auch angeschaut. Weil er ist, ich spawne und bin... Ja, schon wieder der Münchhausen, ey. Ey, das ist mir ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Was weiß ich, ob er da dran gehen kann. Kann er gleich ausgehen. Alles klar, jetzt noch mal kurz verschnaufen. Um dann gleich direkt wieder umzukippen. Jede Wette. Vielleicht nicht annehmen. Ach. Das ist ein Fall des besten Falls aus. Das ist ein Fall des Falles aus. Ja, sag ich doch. Sei es mal wirklich jetzt. Konzentriere ich mich aber mal wieder. Jetzt setze ich mich nochmal gerade hin. Also, ich habe den Typen gerade gekillt, der dich gekillt hat. Ja, das ist schön. Das bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich schon umgefallen bin. Das würde ich selbst dir einleuchten. Oh ja. Was sind denn da für Cheater hier? Fällt dir denn alles aus? War nix. Ich weiß nicht, warum du nicht beschwerst. Ich habe den eine Granat in die Presse gesurfen. Ja, toll. Und ich bin natürlich wieder als erstes. Das ist logisch. Warum auch nicht. Alter, was picke ich denn so scheiße heute? War heute in der asoziale Phase. Mhm. In der asoziale Phase heute hätte, wo ich die eine Sache an und bam, bam, mitrotzen. Und schon mit der Erdbeben. War er peckst, war er peckst, war er peckst, war er peckst. Ich sehe die Erdbeben, okay. Ich kann aber auch vorsichtig mit der Erdbeben haben. So, jetzt habe ich ihn. Oh mein Name. Äh, der dachte wirklich, der könnte mich umbringen. Wir sollen weniger denken und mehr schießen. Alter, wieso hast du schon wieder mehr Punkte als ich? Das geht mir auf dem Kopf. Weil ich's kann. Alter, es kann doch nicht wahr sein, dass der so lange zum Waffe wechseln braucht. Alter, ohne Witz, probier mal die M9. Alter, die M9 habe ich vorhin im Waffenmeister so oft und so lange gehabt. Probier es einfach mal. Ich bleib bei der G-18. Oder ne G-17. Ich komme mit der G-18, super klar. G-18. Gut, da muss ich sagen, hat das Laser-Visier, äh, 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 Laser-Pointer wirklich was gebracht. Das ist aber ne G-17, die du hast. Ich hab ne G-18. Laser-Visier hast du, ne G-17. Das war ja nicht bei mir, wo es was gebracht hat. Wow. Sondern bei dem Typen, der mich abgekleidert hat. Du kennst wieder nur die halbe Wahrheit. Oh, die ganze Wahrheit. Halbnis ist auch nicht. Die ganze Wahrheit. Ich will drei, äh, Stufen über deiner Gehaltsstufe. Und teilst du von der Wahrheit. Ich will ne Gehaltserhöhung und ne höhere Sicherheitsfreigabe. Hm. Am Arsch. Du musst dir an den Arsch dafür vor. Ja. Ich muss ja deine Qualitäten prüfen. Wunderst du dich echt, warum er nur gespielt hat. Alter. Ich hasse dieses Sniper offen, ohne Scheiß. Größte Kack auf Erden. Welche jetzt genauer? Alle. Alle. Ich hab ein Pkp. Gut, dann geh ich sterben, dann übernehme ich die. Das kannst du gar nicht, ne? Alle. Ich hab ein Pkp. Ich hab ein Pkp. Ich hab ein Pkp. Ja. Ja, gar nicht. Aber ich geh flaschen. Ja. Alles klar. Alter, es ist doch nicht nicht wahr. Du bist um die Ecke rum, ja? Du bist um die Ecke rum. Und du stirbst. Ja. Ah, ja. Wir haben mal wieder erfolgreich verloren. Also irgendwie ist heute unsere Verliererphase. Aber ja. So. Na ja, macht mal nix, ne? Ich würde sagen, bis in eins, zwei, drei, vier Tagen. Ja, hast du dann ausgerechnet? Ist das heute die Montagsfolge? Wahrscheinlich schon. Ja, sonst ist es die Freitagsfolge. Dann sind es drei Tage. Ja, ich hab ne 50% dicke Chance, dass ich jetzt richtig liege. Ja, oder du liegst falsch und alle lachen dich aus. Und sowieso schon. Man weiß es nicht.